Am Samstag gibt es in einigen Regionen des Landes so richtiges Herbstwetter. Da macht man es sich dann eher drinnen gemütlich, als vielleicht draußen einen Spaziergang zu unternehmen. Aber es gibt auch Regionen, da klappt das ganz gut, weil es einfach zu mild und auch zum Teil doch recht freundlich weitergeht. Und die Wetterlage, die wir da derzeit haben, die ist schon wirklich sehr eingefahren. Wir haben Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik und die kommen kaum von der Stelle, pumpen deshalb immer wieder diese warme Luft aus dem Südwesten Europas zu uns. Und die ist auch feucht. Deshalb regnet es immer wieder mal, also dann auch Westeuropa, Mitteleuropa. Und wenn wir mal ein bisschen weiter Richtung Norden blicken, da ist das Ganze tatsächlich Schnee. Und das liegt natürlich daran, dass die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen oder auch darunter. Das heißt, während es über Nordeuropa nun endlich, muss man sagen, Winter wird, das ist auch hier viel zu spät losgegangen für diese Jahreszeit, hält sich noch diese Wärme über Zentraleuropa und Südeuropa. Und weil wir dort immer wieder diese Luft anzapfen, wird das erst einmal nichts mit einstelligen Höchsttemperaturen, Regen und ungemütlichem Herbstwetter. Das wir sagen, jetzt machen wir es uns aber mal drinnen gemütlich. Aber es gibt so ein paar Ecken, da wird es am Samstag mal passieren, nämlich im Norden. Da regnet es dann auch längere Zeit und auch mal ein bisschen kräftiger. Ansonsten reißt die Wolkendecke auch mal ein bisschen auf und die Sonne kommt mal ein bisschen zum Zuge. Am Nachmittag frischt der Wind auf, gerade in Richtung Südwesten. In den höheren Lagen gibt es sogar stürmische Böen. Grau und nass bleibt es auch im Norden. Es wird jetzt nicht so dolle regnen, aber es wird gelegentlich eben mal nass. Und von all dem bekommt der Südosten nichts mit. Hier kommt dann der Föhn so langsam ins Spiel. Und Temperaturen von etwa 9 Grad gibt es dann im äußersten Nordosten. Sonst schaffen wir 12 bis 14. Im Süden sogar Temperaturen von 16 oder 17 Grad. Und in Richtung Breisgau werden es sogar 18 Grad. Sonst hat liksom das nichtąt. Aber ich frage mich jetzt mal ein bisschen mehr und Topf das laufen.